Jessica Milicic, die sichere Bank hinter der Spandauer Abwehr. Aufgewachsen in Auckland, Neuseeland, zwischenzeitlich in Naivadal gelebt und nun in der deutschen Hauptstadt Niederklassen. Ich glaube, es ist einfach so einfach. Es ist einfach so, dass ich mit einem meiner besten Freundinnen und Familie leben kann. Milicic kommt schon früh mit Wasserball in Kontakt. Deshalb ist sie sich sicher, dass sie es bis in die Königsklasse geschafft hat, verdankt sie ihren Geschwistern und Freunden, die selbst als Wasserballer aktiv sind. Es ist einfach, motiviert zu sein, wenn jemand anderes mit mir kommt. Ich glaube, dass die Selbstmotivation wichtig ist. Ich versuche einfach, dass ich mich konsistente, das Beste kann. Sie ist die Stammtorhüterin der Neuseeländischen Nationalmannschaft und hält ihrem Land den Kasten bei Weltmeisterschaften oder wie zuletzt beim World Superfinal sauber. Doch ein ganz besonderer Moment wird Jessica immer in Erinnerung bleiben. Immerhin erlebt sie so etwas auch nicht alle Tage. Ich glaube, das war der Tag, dass mein kleiner Freund mit mir mit mir erbaut hat. Das war wirklich cool. Wenn die 1,83 Meter große Torfrau nicht spielt, trainiert oder lernt, dann trifft man sie mit ihrer Mitspielerin und Mitbewohnerin, Emerson Houghton, an der beliebtesten Sehenswürdigkeit von Berlin, dem Brandenburger Tor. Ich denke, dass wir in New Zealand keine großen, großen Historie haben. Also kommen zu europäischen Städten, Berlin in particular, ist wirklich überwählend, wenn man etwas wie das sieht. Es ist einfach gut. Also ja. Trotz eines straffen Zeitplans merkt man Jessica kaum Anstrengung und Müdigkeit an, egal ob um 11 Uhr mittags oder um 20 Uhr abends nach einem Spiel. Die 27-Jährige hat immer ein Lächeln auf den Lippen, ist voll fokussiert und lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen, nicht einmal durch einen scharfen Blick ihrer Gegnerinnen. Ihr Bundesliga-Debüt hat sich Jessica Milicic sicherlich genau so vorgestellt. Die Neuseeländerin wehrt fast jeden Versuch der Gäste aus Hamburg ab und sorgt für wichtige Tor-Follower. Und das gleich zweimal. Von ihren Mitspielerinnen wird sie dafür natürlich gefeiert. Schließlich gewinnen die Wasserfreundinnen gegen den Eimsbütteler TV mit 19 zu 4. Gerade in der Defense ist sie unglaublich stark, dass sie nicht nur quasi ihren Kasten sauber hält, sondern auch noch die Defense mit koordiniert, das schnelle Passspiel nach vorne. Also es ist wirklich ein Komplettpaket, was eine gute Torhüterin angeht. Jessica Milicic, hochbegabt, entschlossen und sprungsicher eine Torhüterin, die der Rekordmeister in dieser Saison sicher nicht missen will.